Mein Name ist Henry und ihr und sie hört und seht die Klemmbaustein-Lyrik und die Fortsetzung in der Präsentation der Hidden Side Sets mit, wie wir hier schon sehen, immerhin sechs Minifiguren und einem Zug inklusive kleinen Bahnhof und zwei Waggons. All das befindet sich in dieser Packung, beziehungsweise genau gesagt sind es 698 Teile für knapp 80 Euro, zumindest ist das der Preis, den Lego selber aufruft. Der Straßenpreis liegt schon deutlich unter 60 Euro, also 25%, knapp 30% Rabatt sind sogar schon möglich und das Ganze ist jetzt eben im Sommer 2019 erschienen. Für den UVP-Preis wäre es ein Teilepreis von 11,46 Cent, gut sind natürlich auch ein paar Schienen, aber trotzdem dafür, dass das Teil natürlich nicht motorisiert sind, ist sehr viel Geld. Und wir schauen uns jetzt mal an, ob Zug, Bahnhof, Minifiguren, Waggons und was wir hier sehen, auch die Aufkleber, denn es wert sind, sich genauer anzuschauen. Und auch heute versuche ich mal wieder den waghalsigen Stunt, dieses Set mit nur einem Take zu reviewen und dazu nehmen wir die Packung weg und sehen das, was uns dann nach zwei Stunden Bauzeit dann überraschenderweise präsentiert wird. Unter anderem, und das ist tatsächlich ja keine Selbstverständlichkeit in der Lego-Welt, ein Bahnhof, eine Lok und zwei Waggons, seltsame Verbindungsschnüffelstücke und sechs Minifiguren, bei denen es auch ein, zwei Seltsamheiten gibt, insbesondere eine. Aber da kommen wir gleich zu, wir fangen ganz traditionell natürlich mit den Minifiguren an und haben hier dann den guten Jack mit seinem Hoodie, beziehungsweise im roten Look. Und ist genau das, was wir in anderen Sets ja auch schon hatten. Also da gibt es wenig Varianz, ab und an mal ein bisschen anderes Gesicht, je nachdem mit welchem Gesicht man, mit welchem Set man es vergleicht. Für sich einzeln betrachtet, wenn es das einzige Set ist, eine klasse Minifigur mit Handy, beziehungsweise natürlich nur mit der Hidden Side App, damit er dann auch die Gespenster fangen, beziehungsweise die Gespenster gewordenen, wie dazu nicht Gespenster machen kann. Und auch hier haben wir, wenn wir es mal abnehmen, zwei Gesichter, hat auch schon ein bisschen eine Schramme abgekriegt, darf ein bisschen skeptisch gucken. Und cool ist natürlich eben vor allem dieses Kopfteil, das aus zwei Elementen und verschiedenen Farben besteht. Ähnlich häufig wahrscheinlich. Und früher, Iger Richter hatte gesagt, beziehungsweise nein, bei der, es war, genau, nee, das war, und hier ist Berlin, 1930, hätte man gesagt, bitte nicht wiederwählen. Aber, und ich befürchte, sie wird uns noch öfter wieder auftauchen, das ist nämlich die gute Parker. Und wieder mit ihren Lila Haaren, der Mütze und auch mit der Hidden Side App, um die Gespenster in ihre ursprüngliche Form wieder zurückzuverwandeln. Schöne Rückseite, man sieht, sie scheint Baseball-Fan zu sein, das war mir sonst gar nicht so aufgefallen. Ist das mal was anderes? Naja, auf jeden Fall hat sie auch zwei Gesichter, lächelnd und skeptisch. Mensch, ängstlich geht bei ihr gar nicht. Ups, das machen wir mal andersrum. Und so, da, genau. So, und damit wir dann die Langeweile auch zu Ende bringen, JB ist auch schon wieder dabei. Den, bzw. sie machen wir schnell. Kopfteil mit Brille, mit der App, mit Fan von Frankensteins Monster. Auch hier wieder zwei Gesichter und wieder das. Es ist aber auch jedes Mal, dass sie da irgendwie einen abkriegt, glaube ich, wenn ihr was da explodiert. Aber auch hier hat sie wieder ein kleines Labor dabei, dann darf das auch schade. Ich hätte mir ein bisschen mehr Varianz dann bei den Gesichtern gewünscht. Aber, gut, irgendwas ist ja immer. So, jetzt kommen wir zu den Opfern. Und da kommen wir erstmal hier zu der, ich glaube, das freundliche Metropa-Team, beziehungsweise die Kontrolleurin Mrs. Santos mit Lampe in der Hand. Wallendes Haar, was wir, glaube ich, letztens ja erst gerade bei Harry Potter natürlich hatten. Und darf sie, nee, sie darf nur grinsen. Gut, aber dafür kriegt sie ja dann auch im Zweifel, außer dass sie hier, sieht man, da umgehängen auch ihren Namen nochmal hat. Weil, ich glaube, die geht tatsächlich durch den Zug, kriegt sie noch einen zweiten Kopf, damit man sieht, wenn sie von den Gespenstern überfallen wurde. Dann sieht sie nämlich ganz anders aus. Und dann wäre das bei Tinder, glaube ich, auch ein Wisch in die andere Richtung. Und, ja, siehste, da ist aber, da ist auch mit Euler Wohler nichts mehr zu machen. Also, die Frau hat's, da freut man sich. Also, ich glaube, da ist es ganz gut, wenn dann einer von den Halden kommt und sie wieder zurückverwandelt. Die Lampe ist schön. Und leider weiterhin, und das sage ich ja jedes Mal, sehr bedauerlich. Dies sieht so aus, als wenn es im Dunkeln leuchten würde. Aber es tut's leider nicht. Wer auch noch ein solches zweites Gesicht hat, ist er hier. Das ist, glaube ich, der Zugführer. Alternativ kann man es auch andersrum machen, dass sie den Zug führt, je nachdem. Und er dann durch die Abteile läuft. Chuck ist das. Und Chuck hat einen kleinen Bart, ist ein sehr gemütlicher Herr. Auch nur mit einem Gesicht. Witzigerweise, wenn er von den Gespenstern erfasst wird, dann kriegt er aber sowas von Rausche-Bartmäßiges hier. Ja, da fällt mir schon alles runter. So, muss ja alles hier seine Ordnung haben. Und jetzt kriegt er welchen Kopf? Nehmen wir den hier. Auch der leider nicht leuchtend. Und dann kriegt er noch den Hut. So sieht Chuck aus, wenn er mit Gespenstern, also mit denen er Bekanntschaft gemacht hat. Wo der Bart dann herkommt, müssen wir mal Dr. Kling fragen. Da scheint ja wirklich Doping nicht nur für die Haare passiert zu sein. Und schließlich, und der ist eigentlich der seltsamste aus der ganzen Reihe, das ist nämlich, Bademeister hätte ich beinahe gesagt, das ist Paule. Paule heißt er. Ist eigentlich eine ganz witzige Figur, weil er hier nämlich so ein bisschen nerdig da noch die Banane auf dem Shirt hat. Und, ja, und glaube ich auch nur, ne, kann auch erschrocken gucken. Aber der wird in der Beschreibung des Sets auf der offiziellen Lego-Seite gar nicht erwähnt. Das finde ich so witzig. Den gibt's gar nicht. Das ist ein Gespenst sozusagen, nur sieht nicht so aus oder so. Also, welche Rolle Paul hier spielt, der einfach Passant oder so, zufällig im Zug sitzenden. Ich hab keine Ahnung. Aber, ja, so ist Paul, ne? Herzlich willkommen, Paul, hier bei uns im Kreise. Und dann schauen wir mal, was wir hier so haben. Wir haben schon mal, das ist ja schon mal gut. Also, das ist ja Leiden auf gewissem Niveau, dass ja nicht bei jedem Eisenbahn-Set in letzter Zeit, ich rede nur vom Hogwarts-Express, tatsächlich auch Schienen dabei waren. Hier sind Schienen dabei. Also, schon mal Haken hinter. Und dann, das ist neu, hier eine Auffahrhilfe. Das heißt, wenn das hinten hängt, kann man mit dem Zug hier rauffahren und dann wird der Zug automatisch eingefädelt. Nun war es bisher auch nie so das Riesenproblem, diese Züge irgendwie auf die Schienen zu bringen, weil das ja doch eher gröberes Material ist. Aber, ja, gut, es schadet ja auch nicht, würde ich mal sagen. Wir hängen es mal wieder dran. Und hier, ne? Also, da sieht man es einfach rauffahren. Ja, ist auch kein Garant, merke ich gerade. Doch, geht relativ einfach. Und dann haben wir vorne ein Schienelement, das einen Prellbock hat. Mit auch so einem Haken. Und daran sehen wir schon, hier ist eine etwas andere Kupplung, als es sonst bei den Sets so drin ist. Ein netter Prellbock hier. Aber da können wir die Lok anschließen gleich. Weil leider die Waggons, bis auf den letzten ganz hinten, nicht die Magnetkupplung haben, sondern so eine mechanische, die aber auch ziemliche Fummelarbeit ist. Also, so schön sie das Einfädeln hier hoch gemacht haben, so blöd ist es eigentlich, die Waggons dann irgendwie miteinander zu verbinden. Naja, gut, aber Prellbock. Ansonsten fangen wir vielleicht erst mal mit dem Bahnhof an. Nehmen wir den hier mal ab. So, wir sehen hier, wir sind hier in Newbury Station. Schön auch wieder hier mit Aufkleber natürlich alles. Wir sahen es vorhin beim Auspacken. Die unter anderem zeigen, dass hier die Scheiben auch nicht mehr die beste Zeit sind. Es wird recycelt, immerhin. Wir haben zwei Sitze. Es ist quasi eigentlich der schönste Bahnhof der letzten Zeit. Nein, also gut, wir hatten natürlich den winterlichen, aber eigentlich einer der, neben dem Disney-Zug, ist der einzige Bahnhof, glaube ich, den wir gerade haben. Naja. Gut, aber wir haben sogar eine Tür, die sich öffnen lässt. Hier leider alles sehr noppig. Eine schöne Treppe, die hochführt. Unten eher etwas langweilig. Hinten ein Fahrkartenautomat. Und da sehen wir, da ist irgendwas. Und das ist eigentlich der Gag an dem Ganzen hier. Nämlich, wir können auch diesen Bahnhof besessen werden lassen. Und zwar kippen wir dann das hier. Da sehen wir schon, das Gesicht ist cool geworden. Und wir kippen hier an der Lampe und an der Uhr. Und schon greift das Gespenst von hinten rüber. Hat hier auch gleich noch so ein paar Aufkleber dazu. Und das sieht aus. Also ich finde, das hat was. Also im Rahmen der Geschichte, für den normalen Standard-Zugbahnhof natürlich irgendwie nicht sinnvoll. Aber für die Geschichte eines Gespensterbahnhofes finde ich das eigentlich eine ganz coole Idee. Also dieser Effekt mit diesen wirklich sehr spannenden Augen und den Zähnen, finde ich sehr gut gelungen. Also der Bahnhof mit diesem Variante gefällt mir sehr gut. Dann fangen wir an jetzt mit der Lok. Natürlich nicht motorisiert. Also jetzt hören wir auf zu träumen. Also da ist leider nichts, was irgendwie ginge. Natürlich kann man es im Nachhinein irgendwie versuchen, da reinzubehacken. Und auch das finde ich sehr bedauerlich. Wenn man schon Züge hat und eigentlich relativ einfach mit Motorisierungen arbeiten könnte, ist es leider wieder bei Lego so wie beim Hogwarts Express. Man ist da auf eigenes Experimentieren angewiesen. Ist nicht so, dass es irgendwo in der Anleitung beschrieben ist oder dass man da einen Hinweis bekäme. Und dann geht Lego doch da auch was flöten. Also man würde doch dann vielleicht dieses Zusatzpack viel leichter mal kaufen, wenn man wüsste, wie dann das machen muss. Na gut, eigentlich will Lego natürlich, dass man kreativ wird. Ja gut, it's not a bug, it's a feature. Gut, also hier oben haben wir schon mal zwei Tröten, die nicht tröten. Wir haben einen schönen Zug von vorne. Wie finde ich, hier ist diese Kupplung. Also die können wir, und das ist tatsächlich so ein bisschen Formelarbeit, die können wir jetzt hier reindrücken theoretisch. Dann hält er auch, selbst wenn es ein bisschen abschüssig wäre. Ja, ansonsten ist es eher so ein typischer amerikanischer Güterzug. Relativ schön massiv. Türen, auch das eine ungewöhnliche Geschichte heutzutage bei Lego. Die haben ja selten Türen noch gehabt in letzter Zeit, die Züge. Hier mit der 30877. Kann ich jetzt nicht genau sagen, was diese Zahl eigentlich soll. Ist wahrscheinlich irgendein Insider. Und ja, beide Seitentüren. Boah, dass wir das noch erleben dürfen. Alles aufklebern natürlich übrigens hier. Schöne vordere Seite. Auch hier die Fenster wieder so ein bisschen demoliert. Hinten recht massiv. Also um nicht zu sagen, hinten ist er keine Schönheit. Das ist blö. Also das ist irgendwie so, als abgeschnitten und nicht gewollt. Also das ist schade. Räder. Da kommen wir jetzt schon wieder zum nächsten, was sich sicherlich mit der Zeit noch zeigen muss. Das sind diese neuen Räder. Also keine Metallstange mehr. Und Plastik auf Plastik. Und es gibt ja schon Beispiele, dass das Rollverhalten deutlich geringer ist als bei den alten Reifen. Beziehungsweise Rädern. Reifen ist ja ein bisschen falsch gesagt. Bei den Rädern. Ob sich das in der Realität dann so widerspiegelt. Erst recht, wenn die Motorisierung dann dabei ist. Ob die Batterie dann nicht so lange hält. Oder dann doch ein bisschen langsamer ist. Oder nicht mehr Berge oder zumindest Anhöhen ein bisschen einfacher hochkommt. Das muss man alles ausprobieren. Es ist auf jeden Fall ein Rückschritt. Also die Metallteile waren deutlich besser. Aber ob es das im Spielverlauf daher wirklich zeigt, das muss sich erst noch beweisen. So, jetzt wollen wir aber natürlich ein bisschen auch noch anderes beweisen. Zum Beispiel, dass man hier reingucken kann. Da sehen wir die Steuerelemente. Also hier so ein kleiner Joystick und ein paar Anzeigen. Da können wir dann den Zugführer oder die Zugführerin, je nachdem wie man es will, reinsetzen. Und hier haben wir noch Schalter. So, was passiert da jetzt? Erstmal, natürlich, der Zug kann auch besessen werden. Wenn wir jetzt hier drehen, dann fährt vorne die Schnauze hoch. Auch ein ganz netter Effekt. Und wenn wir jetzt hier drücken, Achtung, bitte festhalten, schwache Gemüter bitte abschalten jetzt. Zack. Ah, Flügel. Ja, siehste. Da wäre aber Doc Brown stolz auf das Teil. Also hier, ne, da sehen wir, dass ein richtiger, klein bisschen Technik hinter, also Lego-Technik, dass das hier dann aufgeht. Also man sieht es gar nicht unbedingt, dass das hier tatsächlich zu ist, sondern, zack, wenn man es aufmacht, dann fahren die Dinger einfach raus. Und das funktioniert erstaunlich gut. Hier sieht man es, ne? Also klackt auch schön, hat einen satten Sound. Das gefällt mir. Also, ja, ansonsten, ja, also hier kann man sonst nichts mehr, glaube ich, öffnen. Und vorne habe ich gezeigt. Ja, also das dazu. So, können wir da noch irgendwas reingucken? Theoretisch wäre da jetzt noch ein bisschen Platz frei. Ja, können wir da was aufmachen hier? Ne, alles gut. Zack, machen wir wieder zu. Und gehen zum nächsten Gefährt, beziehungsweise den beiden weiteren Waggons. Da haben wir einmal, jetzt zeige ich auch nochmal die Verbindung. Da sehen wir es, so hält das dann. Wenn man es jetzt abmachen will, muss man ein bisschen grobe Gewalt nehmen. Da haben wir das Labor, was hinten drauf ist. Das können wir so ein bisschen abnehmen. Hier sehen wir, dass so eine Sollbruchstelle, also das ist wie so ein Container, der da draufgesetzt ist. Da könnten wir jetzt einen reinsetzen, um Untersuchungen wahrscheinlich zu machen oder ihn wahrscheinlich dann auch wieder zu befreien. Können wir zumachen. Und hier haben wir so ein paar Anzeigen, Aufkleber natürlich sind die gleichen, wie wir sie bei anderen Sets auch schon, also die hier hatten wir, habe ich schon mal gesehen. Die hier noch nicht Alarm, nie ein gutes Zeichen. Und hier natürlich, es darf kein Labor ohne einen großen Drehknopf dann dabei sein. Und hier sehen wir auch, natürlich, Hittensight funktioniert ja nur über diese farbigen Rundelemente. Und hier haben wir es also hier versteckt. Auch dezenter deutlich, als es jetzt bei dem Krabbenkutter der Fall war, beziehungsweise Garnelenkutter. Aber ja, ist okay. Und schließlich und endlich noch, als letztes, dieser Container. Da haben wir oben hier noch so eine Kanone, die dann dafür da ist, natürlich, ja, unsere Gespenste irgendwie wieder einzufangen. Können wir ja auch abnehmen. Kann man die irgendwie biegen? Nee, kann man nicht. Hier ist leider sonst, also man kann sie drehen. Das ist alles hier. Und ja, schöne Kanone eben. Können wir auch wieder hier abmachen. Und dann auch nur, so wenn sie drauf ist, kann man es nämlich nicht öffnen, hier die Türen. Wenn wir es abnehmen, dann können wir auch die Türen öffnen. Und dann können wir da reingucken und sehen, wie sie sehen, sehen sie nichts. Hohlraum, da können wir wohl auch die Gespenster dann, wenn wir sie gefangen haben, zum Beispiel drin lagern. Hier wieder ein paar Kleckse als Aufkleber. Da noch ein anderer. Ja, leider wieder nicht leuchtend. Ich sage es ja. Also, das wäre zumindest schon mal ein bisschen was gewesen. Jetzt will ich nochmal zeigen, wie man hier hochfährt. Zack, läuft. So, ja, das waren im Prinzip schon mal die Elemente. Dann können wir schließlich nochmal einen Blick in die App werfen, was da passiert. Man sieht, jetzt habe ich es natürlich hier alles durcheinander gebracht. Aber normalerweise ist die App da ja nicht wirklich etwas besonders wählerisch. Eins möchte ich noch zeigen. Übrigens, dieser Waggon hat hinten leider nur der und auch nur an der einen Stelle, jetzt sieht man es fast nicht, doch, hier, da ist der Magnet. Und, also, einer ist da, wenn man also weitere von den Ursprungs oder zum Beispiel jetzt auch vom Disney-Zug da ranhängen möchte, dann gehe das. Also, einen haben wir davon immerhin. Der Rest ist eben über diese, warum man die nicht, also, es ist wahrscheinlich wieder Kostenfrage. Und da haben wir wieder ein paar Cent gespart, obwohl das Set ja eigentlich im Ursprung gar nicht billig ist. Warum man das hier vorne nicht auch noch gemacht hat, ah, schade. Also, das hätte das Ganze, glaube ich, durchaus nochmal aufgewertet. Dass nur das hier ist, hm, ja, also, wenn ich die noch, also, wenn man mal ein Interview führen kann, werde ich das mal fragen nochmal. So, jetzt wollen wir natürlich an die App gehen. So, ich habe da schon mal was vorbereitet. Das alte Kochstudio-Motto. Wir machen natürlich auch Ton an. Im Zweifel wird jetzt Mutti anrufen gerade, aber das drücken wir dann natürlich weg. So, wir wollen Jäger sein und wir wollen den Zug öffnen. So, hören wir hier was? Ja, wie wir hören, hören wir. Wir wollen spielen. Natürlich haben wir es gebaut. Ich bin sowas von bereit. Ach, der Hund ist diesmal gar nicht dabei, merke ich. Ha, siehste? Komisch. Fällt mir jetzt erst auf. Übrigens, der Ober-Botz-Bonze hier, der Ober-Motz, den man hier noch besiegen kann, jetzt in der App, das ist der hier. The Bava. Bava, was auch immer. Aber der Hund nicht. Witzig. Ich habe den so schon lieb gewonnen. Dachte ja wirklich in jedem Set dabei. Gut. So, okay. Ja, alles gut. Geschafft. So, jetzt, wie muss ich den halten? Zug. Ha, ist immer ganz einfach schon, dass das gehalten wird. Und da sehen wir schon, wie der Zug rollt. Und da kommen die Geschwänster. Die können hier ein bisschen hier runtergehen. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt nochmal wieder hier alles zeigen soll. Also, das ist im Prinzip wieder das gleiche Prinzip. wir erfahren so ein ganz bisschen dass wir glue glue sammeln müssen hier glum geschafft so jetzt haben wir den hier schon auf eine farbe gedreht blau selbst auf die entfernung kriegt er das hin das ist kein gelb er will erst diesmal wird er mal eine farbe zuerst haben okay dann drehen wir es mal auf gelb das kennen das ja jetzt hat es auch geschafft jetzt müssen wir hier suchen da haben wir ihn schon ja alles gefunden danke dann können wir den theoretisch jetzt auch noch mal scannen dann können wir da noch ein geschicklichkeitsspiel machen und kriegen noch ein bisschen was an infos beziehungsweise nicht infos an energie die wir nachher brauchen um dann das gespenst uns einzuverleiben oder zu besiegen ach jetzt will er rot wieso wird bei dem anderen wollte nie eine feste farbe na gut vielleicht war irgendwie fand er nicht gut wie ich es gemacht habe wo haben wir den da jetzt schon das gespenst ja doch wenn wir da jetzt gehen und es kommt das ist das gleiche das ist immer dieses einführungsspiel was wir hier sehen und dann drehen wir den jetzt noch auf blau und scannen und sobald das gespenst erschienen ist werden wir dann einfach zum fazit beziehungsweise noch mal kurz auf die anleitung eingehen zweimal gedrückt geschicklichkeit und geschafft jetzt muss ich noch eine minifigur setzen gut wir kennen das glaube ich aus den anderen sets wo will er die denn hin gehabt haben da scannen da hinten da soll die minifigur hin okay dann nehmen wir doch den paule mal irgendeine bedeutung soll er doch haben der gute paul wir gehen rauf scannen er muss ihn von frontal sehen ist natürlich jetzt für die kamera ganz schlecht hat das jetzt erkannt so egal kommt also man weiß was es ist ich verweise auf die anderen videos die app ist für jüngere glaube ich ganz nett mal zum ausprobieren jetzt werden wir da noch gespenst haben dass wir dann gefangen beziehungsweise bekämpfen können wir mal drauf drücken das fliegt dann hier irgendwo im raum rum mir noch mit der hoffnung verbunden dass diese app das ja noch nicht alles gewesen sein kann und dass da noch irgendwas zukommt aber da verweise ich einfach auf die anderen videos die ich zur hinten seit schon gemacht habe da glaube ich habe ich schon genug dann auch dazu geäußert und dann kommen wir noch zur bedienungsanleitung und ja wenn ich die jetzt bereit gelegt hätte dann hätte das auch tatsächlich mit dem einen klick beziehungsweise ohne schnitt geklappt aber sie ist in einem guten haushalt geht doch nichts verloren so damals so sieht die anleitung aus und wir bauen erst den bahnhof dann kommen die schienen dazu und ein bisschen zug beziehungsweise ein bisschen was von der lock dann ist die noch fertig mit tüte drei schließlich noch ein waggon vier und noch ein waggon mit fünf und dann werden wir hier sicherlich auch noch ein bisschen was über dann wenn die minifigur kommt sehen dass diese dann besessen wird auch das weiterhin leider was ich gehofft hatte nicht in der app in irgendeiner form zumindest so weit wie ich gespielt habe problematisiert und gezeigt dass man da irgendwas erlebt dazu das was auch in der beschreibung teilweise promotet wird dass man doch sogar das set selber zum leben erweckt das haben wir eben doch finde ich bisher nur so in ansätzen gut da sind die anderen sets bin bald bald durch übrigens die schule die habe ich auch schon die welche also auch noch mal zeigen damit kommen wir zum fazit und zu dem was dieses set ja was ist es nun also erstens für 80 euro zu teuer ok geschenkt das sage ich ja immer bei lego zweite problematik es gibt schon ein paar sachen die auch kritisiere also preislich können wir natürlich in handel kommen mit dem was jetzt schon angeboten da ist da sind wir hier so bei 55 euro glaube ich gibt es schon dann ist es auch teile preismäßig okay sind ja schließlich schienen dabei und auch ein paar hier die räder die neuen räder da muss man noch mal sehen erstmals ein rückschritt technisch ob das so ein schlimmer ist das muss ich selber erst mal vielleicht noch mal für mich verinnerlichen und testen und überprüfen kann sein gerade bei der motorisierung das ist einem eigentlich im prinzip gar nicht mehr auffällt trotzdem ja schade also dass das dieser schritt gemacht wird das hidden side gespenster motto wird wieder sehr schön umgesetzt finde ich also gerade bei dieser bei dem bahnhof hier mit mit diese möglichkeit dass hier so umzustecken das finde ich sehr cool der zug ist im prinzip okay die lok nur hier von oben sieht man es jetzt besonders dieses abgeschnittene ist irgendwie komisch also das finde ich ist so eine so eine stelle die ist schade und auch die kupplung dass sie da nicht die magnetkupplung überall gemacht haben finde ich bedauerlich immerhin schienen dabei man wird ja genügsam und die minifiguren wenn man sie nicht sowieso schon zur hälfte alle hat sind auch völlig okay so gesehen also finde ich schon ein set das seine daseinsberechtigung hat für zug fans auch wirklich eine schöne neue variante ist dann kann man die lok ja vielleicht auch noch mal anders bauen und wir gucken mal ob wir hier alles so gesehen haben und gemacht haben ja nix was hier glaube ich noch überraschendes auf der packung sich befindet und damit können wir dann zum fazit abschluss kommen beziehungsweise zu der jedes mal gestellten frage wie findet ihr das set ihr könnt oben beim i abstimmen da einfach draufklicken und dann die note abgeben und in die kommentare schreiben also ist das ein zug der euch gefällt ich selber bin zug fan so gesehen finde ich den per se für meine sammlung schon mal nett aber ist sicherlich naja gut natürlich also sowas habe ich noch nie gehabt ja also man merkt schon so ein bisschen hin und her gerissen aber ich bin auf eure meinung gespannt dann erstmal bis bald und gute fahrt tschüss